Hi und danke, dass du mein Video angeklickt hast. Ich bin Kami Zero und ich bringe euch in diesem Video bei, wie man Test-Tube-Setups baut, mit denen man Ameisenkönigin fangen kann. Ich bringe euch, abgesehen von diesem Tutorial, auch noch mit nach draußen und ihr könnt mir dabei zugucken, wie ich Ameisenkönigin fange, zeige ich noch meinen absoluten Lieblings-Hotspot im Moment und gebe euch generell alle Tipps mit auf den Weg, die ihr braucht, um dieses Hobby anzufangen. Es kommen natürlich noch mehr Videos in der Zukunft, die noch viel weiter ins Detail gehen, aber alles, was ihr braucht, um anzufangen, erfahrt ihr in diesem Video. Und ich verspreche euch, es kostet nicht viel, es macht wirklich viel Spaß. Falls ihr Kids habt, die ein Hobby braucht, stachelt die Anzeichen in das Video. Habt ihr Erzieher in einem Kindergarten, Lehrer, Klassenhost hier Ameisen, wie geil ist das denn? Kann man über Jahre beobachten und kostet quasi nichts, dass hier das, was immer wichtig ist. Also, bevor ich weiter quatsche, geht es jetzt ins Video. Viel Spaß damit. Das ist das Resultat, wo wir hinwollen. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt. Als erstes brauchen wir Watte. Da ist es egal, ob das wie hier Bandwatte ist oder ob das einzelne Wattepads sind. Dann Strohhalme. Hier ist es besonders wichtig, dass sie sehr bunt sind. Das ist enorm wichtig für den nächsten Step. Dann braucht ihr ein Glas, aber nicht irgendeins, sondern ein spezielles mit Wasser gefülltes. Und dann braucht man natürlich die Reagenzgläser. Fangen wir mit den Reagenzgläsern an. Ich habe hier zwei verschiedene Modelle. Und zwar das eine, das etwas dickere. Das ist aus Plastik. Das ist mit Korkenverschlüssen gekommen, die ich auch am Anfang benutzt habe, bevor ich die mit Watte verschlossen habe. Ich habe mich am Anfang für Plastikreagenzgläser entschieden, weil ich dachte, die sind ja stabiler als Glas. Glas kann ja zerbrechen. Im Endeffekt haben sich die Glasröhrchen als stabiler erwiesen, weil tatsächlich die Plastikröhrchen leichter zerbrechen. Wobei es natürlich materialabhängig ist. Und einen Nachteil hatten die Plastikröhrchen auch. Abgesehen davon, dass der Vorteil natürlich ist, dass sie günstiger sind. Bei super Nahaufnahmen, wenn man versucht, hier reinzufilmen, hat das Reagenzglas sehr, sehr, sehr viele Mikrokratzer drin. Und man hat es schwer, dann die Ameisen angenehm da drin zu sehen. So, das hier ist das Glas, Reagenzglas, was ich euch vorschlagen möchte. Das hatte einen kleinen Plastikstopfen als Verschluss. Aber wie gesagt, die Verschlüsse brauchen wir eigentlich nicht. Das ist schmaler. Und wie gesagt, aus hygienischen Gründen, aus wiederverwertbaren Gründen, man kann das eigentlich einfach in die Spülmaschine stellen, sind die natürlich super einfach sauber zu halten, beziehungsweise wieder sauber zu bekommen. Wiederverwertbar. Das jetzt ein bisschen beschlagen, weil da gerade noch ein bisschen Wasser drin war. Anfang tun wir mit unserer Watte. Ich habe jetzt Bandwatte genommen, Bandwatte, weil die ist am laufenden Meter. Es ist aber vollkommen egal, was für eine Watte ihr benutzt. Also ihr könnt auch kleine runde Waterpads nehmen, die ihr dafür benutzen. Oder halt einfach diese Plüsch-Wattekugeln. Die könnt ihr auch ganz einfach einmal in der Mitte halbieren und habt dann direkt die richtige Größe für zwei Stopfen. Nämlich für den oberen und den unteren. Auch wenn jetzt nicht so groß wie hier. Dieser Streifen reicht schon für mehrere Reagenzgläschen. Das sieht man, der ist besonders dick von der Seite. Ich teile die dann immer einmal ungefähr in der Mitte. Na komm. Und ab dann kann man sie nochmal teilen. Und den Streifen halbieren wir dann nochmal. Und jetzt haben wir quasi schon unsere zwei Teile, die wir brauchen. Und zwar mit dem einen schließen wir gleich das Wasser unten im Reagenzglas ein. Und den anderen benutzen wir dann als Verschluss. So, wir kommen zu unserem besonderen Glas voll Wasser. Und zu unseren Strohhalmen. In diesem Fall habe ich mich aus wissenschaftlichen Gründen für Türkis entschieden. Und der kommt jetzt rein. Den Streifen brauchen wir, um das Wasser in die Reagenzgläser laufen zu lassen. Und das ist halt viel einfacher, als wenn ihr anfangt aus dem Wasserhahn irgendwas reinlaufen zu lassen. Das gibt nur Sauereien. Alternativ könnt ihr natürlich auch eine Pipette benutzen, wenn ihr eine habt. Ich hatte jetzt eine gratis dabei liegen in meiner Bestellung von anthouse.is. Aber wie gesagt, ein Strohhalm tut es auch. Oder wenn ihr habt eine Spritze ohne Spitze. Spritze ohne Spitze. Ich fange mal an mit dem Plastikröhrchen. Der Stopsen kann weg. Ihr nehmt den Strohhalm, haltet euren Finger drauf. Dadurch ist das Wasser im Strohhalm eingesperrt. Nach unten ins Reagenzglas packen. Und dann einfach oben den Finger wieder runternehmen. Zack. Und das Wasser schießt aus dem Strohhalm. Das machen wir direkt nochmal. Zip. So, das ist jetzt schon ein bisschen viel Wasser im Reagenzglas. Ihr müsst nicht den Platz der Watte mit dazu rechnen bei diesen Reagenzgläsern. Weil die Watte geht dann quasi genau bis dahin, wo das Wasser ist. Und dann kommen wir auch schon zu der Watte. Und zwar haben wir hier eins von unseren Wattestückchen. Und da müsst ihr von der Dicke dann gucken, je nachdem was ihr da für ein Reagenzglas habt, wie dick oder dünn es ist. Es sollte halt stramm genug sein, als dass das Wasser da nicht rausläuft. So, jetzt habe ich die Watte hier oben schon mal reingesteckt. Schiebt sie rein. Und jetzt benutzt ihr nochmal euren Strohhalm, um sie rein zu drücken. Und da ist wichtig, dass ihr es einmal schnell macht. Wenn ihr sie langsam reindrückt, dann habt ihr immer noch eine Luftblase hier unten drin. Wenn man das schnell macht, dann passiert das nicht. Also 3, 2, 1, zipp. Schnell reingedrückt. Das Wasser hat sich hoch bis zur Watte gezogen. Ich poke dann immer noch ein bisschen nach, um auch zu sehen, dass wirklich die Oberfläche feucht ist. Jo, wie gesagt, ihr habt ja gesehen, das Wasser war bis zu diesem Rand hier voll. Das heißt, das Wasser ist nicht nur das bisschen, was hier hinten drin ist, sondern die komplette Watte ist voll mit Wasser. Jo, und dann ist schon der Großteil fertig. Ich brauche ein weiteres Stück Watte. Das ist ein bisschen zu dick. Das ihr zusammenmanscht, damit es einen festen Verschluss ergibt. So kann nämlich immer noch minimal Luft zirkulieren und ihr braucht die tatsächlich zu fangen, die Watte. Das ist nämlich besser, als die Korkverschlüsse dabei sind. Auch Feuchtigkeit kann zirkulieren. Das heißt, wenn es zu warm ist und sich hier Wasserdampf bildet, so kann es immer noch minimal durch diese Watte hier entweichen. Das ist auch in jedem Fall einmal besser als so ein luftdichter Kork- oder Plastikverschluss. So, jetzt das Glasröhrchen. Der Stopsen kommt wieder weg. Dann benutzen wir einmal ein Stückchen Wasser. Ich nehme das hier immer doppelt und roll es dann ein, damit es dicker wird. Für die dünnen Röhrchen braucht man natürlich viel dünnere bzw. weniger Wasser. Kurz testen. Jo, passt. Dann wieder Finger auf den Strohhalm ins Reagenzglas rein. Wenn man zu viel Flüssigkeit drin hat, einfach den Strohhalm nochmal ein Stück reinsetzen. Finger oben wieder draufsetzen. Und dann kann man auch das Wasser wieder aus dem Glas rausnehmen. So, dann kommt unser Wattestopfen. Stopfen. Und den drücken wir dann wieder mit unserem Strohhalm rein. Und wieder schnell reindrücken, weil wenn man es langsam macht, dann hat man Luftblasen. Zack. Millimeter tiefer. Wenn man die dann zu tief reindrückt und man hat hier oben schon so eine kleine Wasserpfütze. Dann auf jeden Fall mit einem Wattestäbchen reingehen und das dann einfach von ihnen abtrocknen. Oder ihr nehmt einfach nochmal irgendwie ein Stück lose Watte und schubst das irgendwie mit einer Pinzette oder so rein. Und dann abtrocknen. Weil Ameisen sind ja nicht immer schlau. Und wir wollen ja nicht, dass sich irgendwer in einer kleinen Wasserpfütze im Reagenzglas ertränkt. Oder dass es ihnen einfach unangenehm ist, weil das zu viel zu offene Feuchtigkeit ist. Die Queenies sollen sich ja bei uns wohlfühlen. Also behandelt sie mit Respekt und baut ihnen hier ein kleines Ameisen-Luxushotel. So, dann nehmen wir natürlich wieder ein bisschen Watte. Falten das einmal fest zusammen. Das muss nicht so ultra stramm, ultra fest sein. Weil Ameisen sind zwar jetzt stark, aber nicht so stark, dass sie es schaffen, so einen Wasserstopfen hier raus zu jagen. Und dann habt ihr schon euer Glas-Setup. Es gibt natürlich auch die Glasröhrchen in dicker. Es gibt die auch in viel, viel länger. Das kommt immer darauf an, welche Rassen ihr darin zum Beispiel haltet oder fangt. Das heißt, für die normalen deutschen Ameisen reichen die hier auch die kleinen schmalen komplett aus. Weil die mögen es ja gerne eng. Das habe ich jetzt auch schon gehört, dass Eltern es zum Beispiel grausam finden, dass wir dann Tiere auf so kleinem Lebensraum halten. Aber, jetzt kommt das große Aber, die Ameisenkönigin, nachdem die begattet wurden, ihre Flügel abgepackt haben, laufen hier draußen wild durch die Gegend rum. Das ist der Punkt, an dem wir sie einfangen, bevor sie sich in der Erde eingraben. Weil, wenn sie sich in der Erde eingraben, dann lassen sie sich nur ein kleines bisschen Platz, was ja noch weniger ist als das hier. Und da bleiben die dann mindestens einen Monat lang, meistens sogar länger, bis ihre ersten Arbeiter geschlüpft sind. Und die Arbeiter fangen dann an, den Ameisenbau aufzubauen. Aber in der ganzen Anfangsphase leben die einfach in nur so wenig Platz. Das heißt, Ameisen fühlen sich wohl in ihrem Reagenzglas, wo sie trinken können. Essen brauchen sie am Anfang ja noch nicht. Beziehungsweise, es kommt auf die Gattung natürlich an. Aber die meisten schließen sich einfach in der Erde ein und gehen nicht auf Nahrungssuche. Und sind dann komplett happy hier drin. Also, keine Tierquälerei. Ich persönlich habe in meinem Rucksack immer zwei Tupperbeutel hier vorne drin. Und zwar, einmal einen leeren. Und einen mit Test-Tubes. Das sind jetzt alles Glas-Test-Tubes. Das sind, ich glaube, 20 Stück. Weil wir sind ja motiviert, viele Königin zu fangen. Ihr braucht natürlich nicht so viele. Aber da ich die eh im 50er oder 100er-Pack auf Ebay oder Amazon kaufe, die Reagenzgläser, habe ich natürlich genug davon. Das heißt, ich habe welche für mich, ich habe welche für meinen Mitbewohner gemacht, den Aki. Und es lohnt sich immer, welche dabei zu haben. Weil man weiß vorher teilweise nicht, wann die Flugtage sind. Und so ist es gut, wenn man einmal eine Königin über dem Weg läuft, dass man immer ausgerüstet ist. Ich weiß, ich habe schon mal eine Königin gefangen, einfach in der Verpackung von einem Eyeliner, den ich zufällig gerade im Rucksack hatte. Einfach, weil ich keine andere Möglichkeit hatte. Und ihr möchtet natürlich nicht, dass die Königin, wenn sie in eurem dunklen Rucksack sind, in diesem dunkleren, improvisierten Gefängnis Eier legen. Weil, wie wollt ihr die klebrigen Eier aus so einer Pappverpackung wieder rauskriegen? Also es ist immer gut, einfach ausgerüstet zu sein und Reagenzgläser dabei zu haben. So, warum ich den zweiten Beutel habe, ist ganz einfach. Ich nehme dann quasi das Reagenzglas aus dem ersten Beutel. Und wenn ich es schaffe, darin eine Ameisenkönigin zu fangen, dann packe ich die in den zweiten Beutel. Das heißt, ich habe einen nur voll mit Ameisenkönigin. Das heißt, wenn ich da im Eifer des Gefechts bin, muss ich nie Angst haben, dass ich versehentlich ein Gefäß mit einer Königin nehme, den Stopsten abreiße und versuche, damit was zu fangen und dann vielleicht die erste Königin wieder verliere. Ja, das ist quasi die ganze Idee dahinter. Momentaner Lieblingsfangplatz und Geheimtipp ist in Bochum der Starbucks. Also, falls ihr in Bochum oder Umgebung wohnt. Denn das Kopfsteinpflaster hier vorne im Starbucks, da lebt eine riesige Ameisenkolonie drunter. Dementsprechend hat man überall zwischen den ganzen Steinen hier Löcher. Und die ganzen neuen, befruchteten Königin rennen die ganze Zeit in die Löcher rein und wieder raus, weil sie die Hoffnung haben, sich hier verstecken zu können. Und werden natürlich immer von den Königin, beziehungsweise von den Arbeitern, die schon da drin sind, wieder rausgeschmissen. Das heißt, wir rennen hier den ganzen Tag zweifelt rum und versuchen, ein Loch für sich zu bekommen, kommen aber nirgends wo rein. Das heißt, hier rennen unglaublich viele Königin oberflächlich rum. Und wir retten die. Hier könnt ihr nochmal einen weiteren Vorteil des Wattebauschdeckels sehen. Und zwar könnt ihr die Ameisenkönigin, ohne sie zu verletzen, quasi mit dem Wattebausch sanft festhalten und ihr dann das Reagenzglas als einzige Fluchtmöglichkeit anbieten. So kriegt man die super easy gefangen. Nicht mit Pinzetten, nicht mit Fingern, nicht mit Papier oder sonst was. Das ist dann super schonend für die. Die ist jetzt natürlich super aufgeregt, weil die wollte gar nicht gefangen werden. Aber in meinem Schuhkarton wird sie gleich merken, dass sie es besser hat, als wenn sie hier nachher von den Tauben gefressen wird. Das ist der Fang von heute. Das sind jetzt 23 Lasius-Nigerkönigin. Wie gesagt, was anderes gibt es hier quasi nicht. Bochum ist halt Beton-City. Hier gibt es keine Gartenameisen, weil hier gibt es kein Grün. Ja, und quasi fast alle hier von dem Starbucks. Und hier sind noch hunderte weitere. Soweit ich mehr Reagenzgläser, könnte ich auch einfach noch mehr fangen, weil es ist natürlich ein bisschen viel. Das ist eine Königin. Eine Königin, genau. Aber Sie wollen sie fotografieren. Ich filme die gerade ab. Da lässt nur noch eine. Ach, hier laufen ganz viele. Heute ist Flugtag. Ja, ja, ist klar. Weil gestern hat es geregnet, heute ist es warm. Irgendwie. Aber jetzt ist sie ein bisschen munter geworden. Ich glaube, ich ist sie gerade begeistert. Ich habe mich hier in der Stadt gerade mit einer Obdachlosen unterhalten. Die wollte zwar nur ein bisschen Kleingeld, aber die hatte ein erstaunliches Wissen über Ameisen. Mit der habe ich mich gerade einfach mal 10 Minuten unterhalten und ihr dann natürlich ihr Kleingeld gegeben. Aber krass. Ja. Ja. Bis zum nächsten Mal. Dann weiß ich auch genau, wann ich die Fuhre gefangen habe. Und dann kommen die in ihr flauschiges neues Zuhause. Was in dem Fall eine Kiste ist, die diesmal einen lila Stoff hat. Und da schlafen die erstmal einen Monat. Also eigentlich nicht. Jetzt beginnt das Arbeiten für die Königin. Im Optimalfall guckt ihr natürlich nicht mehr in euren Karton rein, sobald ihr ihn einmal zugemacht habt für den ersten Monat, bis die Arbeiterinnen da sind. Aber ich weiß, Leute sind ungeduldig, vor allem wenn es die ersten Ameisen sind. Ich habe mich auch sehr schwer getan. Und da gibt es dann einen kleinen Cheat. Und zwar, das ist das tolle Zeug hier. Das ist rotes transparentes Acetan. Das ist eine Folie, die Licht blockt, weil Ameisen können kein rotes Licht sehen. Das heißt, ihr habt zwei Möglichkeiten. Entweder schneidet ihr euch da ein kleines Stück aus und das Stück rollt ihr dann um euren Testtube. Dann könnt ihr die beobachten. Im ganz Dunkeln ist es natürlich immer noch besser, aber das schluckt schon mal viel Licht für die Ameisen. Oder was ihr halt auch machen könnt, ihr könnt auch einfach die Folie über den Karton legen. Wie ihr seht, sieht man wenig. Aber das stresst auf jeden Fall die Ameisen nicht. Holt euch auf jeden Fall mal dieses rote Acetan. Also ich habe jetzt 80 Cent für diesen Bogen hier bezahlt. Und es macht, dass eure Ameisen mehr Eier legen. Bei meinen ersten gefangenen Ameisen konnte ich es nämlich auch nicht sein lassen. Und habe quasi durchgehend da jeden Tag mindestens einmal reingeguckt, weil ich es nicht sein lassen konnte. Aber da ist dieser Unterschied. Eine Ameise, die in Ruhe gelassen wird, haut da einfach mal hier so 15 bis 20 Eier raus. Wenn man jeden Tag da reinguckt und die sich gestresst fühlen, dann legen die einfach mal die Hälfte davon. Dann hast du vielleicht nur 5, 6 Eier da liegen, anstatt so riesige Haufen wie die es jetzt hier haben. Also Ameisen in Ruhe lassen. Oder wenn ihr es nicht aushalten könnt, zumindest durch die rote Folie nur beobachten. So, das war's für das erste Video. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Mir macht das Ganze super viel Spaß. Ich habe Bock, noch richtig viele Videos zu produzieren. Was noch auf der Liste steht, ist, ich habe etwaige Einsteiger-Sets, zum Beispiel bei Ebay, bei Amazon und bei bestimmten Ameisenseiten gekauft, die ab 20 Euro anfangen, hochgehen bis 40 Euro. Das heißt, ich teste für euch in den nächsten Videos günstige erste Formikarien und Ameisennester, die man auch für ein Taschengeld kaufen kann. Und ja, ich würde sagen, ich hoffe, ihr habt Glück gehabt bei der Ameisenjagd. Oder habt Glück, es kommen ja noch ein paar Flüge dieses Jahr. Wenn ihr Erfolg gehabt habt, schreibt mir. Sagt in den Kommentaren Bescheid, falls ihr sogar wisst, was das für eine Art ist, was ihr für eine Art gefangen habt. Postet dann einfach Bilder. Oder ansonsten kann ich euch noch empfehlen, mein Instagram-Account, KamiZero. Da könnt ihr mir dann auch Videos schicken, Fotos schicken und ich kann euch vielleicht auch bei der Bestimmung helfen. Auf jeden Fall fände ich es geil zu sehen, dass, wenn ihr erfolgreich seid, dass ihr mir davon was zeigt. So, ansonsten würde ich sagen, viel Spaß bei Pokémon Go im Real Life, nur in Bessa. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.